Yo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir mal Bolassi Team of the Season am Start. Da werden wir heute ein kleines Player Review zu ihm machen und ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen und ich würde mich sehr sehr freuen, wenn wir dann die 10 Likes schaffen würden. Das würde mich richtig freuen und dann sehen wir noch schon den Bolassi haben wir in ein Standard BPL Team eingefügt. Natürlich mega geile Werte, 93 Pace, 81 Schießen, dazu sehr sehr hohe Dribblings und Physis Werte und natürlich ist er auch ein 5 Sterne Skill, was auch sehr sehr wichtig ist, 1,85 groß und das ist eben sehr sehr wichtig bei ihm, seine Größe und seine Skills, das passt einfach zusammen, das ist wie so ein billiger Ronaldo. Ich meine der Team of the Season kostet jetzt wahrscheinlich nur noch so 100.000 Münzen, aber er ist einfach ein richtig genialer Spieler. Ich finde, er ist ja wirklich ein billiger Cristiano Ronaldo und dann würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Szenen von ihm an, 5 Tore oder so, habe ich von ihm rausgepickt. Hier macht er ein sehr sehr schönes Tor, der Ball springt dann von der Latte ins Tor, da haben wir dem Tormann gar keine Chance gelassen. Bolassi jubelt dann natürlich über seinen Treffer, das hat er wirklich schön gemacht, dann tankt er sich hier durch mit seinen 93 Pace und macht den Ball dann einfach eiskalt in den Winkel rein. Dann dribbelt sich Bolassi hier wieder schön durch und da wieder genau das, was ich meine. Er kann sich richtig gut durchsetzen, nicht wie andere Skiller, die sehr sehr klein sind. Nein, er setzt sich wirklich immer gut durch, kommt an jedem Spieler vorbei. Hier sehen wir es nochmal, er rennt einfach nur durch. Man kann mit diesem Spieler auch einfach nur rennen. Den Ball, naja, den verwertet er dann einfach auch wunderbar. Einfach eiskalt wie ein Cristiano Ronaldo im Sinne eines Goalgetters. Den hat er wirklich schön gemacht. Er zieht hier schön vorbei und setzt den Ball an einfach ins lange Eck. Und ja, Freunde, dann kommen wir auch schon zur nächsten Situation mit Bolassi. Hier paced er sich wieder mal durch, dreht dann aber nochmal ab, macht hier ein paar Faxen, kommt hier an drei Gegenspielern vorbei und dann ist er auch mal der Assistgeber und Diego Costa vernetzt. Den Ball dann ins Netz sozusagen. Und ja, Freunde, auf jeden Fall Bolassi ein richtig starker Spieler. Natürlich seine Größe und seine Physiswerte zeichnen ihn natürlich aus. Er kann sich richtig gut gegen die Verteidigung durchsetzen. Ist natürlich auch sehr, sehr schnell mit 93 Tempo und daher eine ganz, ganz, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Und damit würde ich auch schon wieder sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Also kauft euch Bolassi ein richtig starker Spieler. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Grafik hat euch gefallen. Hier oben dieses Subscribe mit Bolassi und so habe ich es selbst erstellt. Und dann sage ich wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.